Und Raymond dann rufen. Und Raymond dann der Unterführung in Northpoint treffen. Dann klauen wir uns jemandem Auto. Ich bin ein bisschen krank, immer noch, oder wieder. Deshalb ist meine Stimme etwas angeschlagen. Ich bin ein bisschen krank, immer noch. Aber das hält mich hier nicht davon ab, neuen Content zu liefern. Und ausserdem wollte ich das Spiel wieder mal spielen. Von daher ja. Müsst ihr halt damit leben. Beziehungsweise ich ja auch. Nein. Nummer 6. 5,000 Hong Kong Dollar. Oh, shit. Was machst du hier? Wo ist Raymond? Das ist etwas, was ich persönlich wollte. Hast du den Charly-Pang? Ja. Ich bin sicher, dass du die Charly-Pang ist. Die Charly-Pang sind etwas in Hongkong. Nicht wie in den USA. Diese Charly-Pang ist ziemlich wichtig. Wer ist der Tod? Ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Officer Shen. Mach eine Führungsposition. Okay, bist du bereit? Okay, ich habe jetzt mal auf die Maus gewechselt, da ich das einverbinde. Okay, hör mal. Es ist einfach. Wir müssen den Kampf wiederentwickeln. Was ist passiert jetzt hier? Was ist passiert jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Was ist vor der Barrikade? Geht nach dem Barriere. Good. Ich möchte, dass du einige Bullets in ein paar Sachen legen. Alright, good. By now, the Vash have appeared on the scene. Der andere ist verbar. Kommt nicht weg. Keep going. Come on. What are you waiting for? Silberling. Move it along, Wei. We don't have a lot of time. Drücken sie umzuspringen, während sie ihn decken müssen. Keep going. Come on. Yes. Okay, sehr interessant, was man hier alles machen kann. One more thing. He would have tried to get away. But Charlie would have taken away. Your weapon officer. What the fuck? What the fuck? He's gonna help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Wei, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Hmm. Local PD is on their way. You should go. Okay, I see. Natürlich. Kandidateneignung Wei Shen. Schon wieder ein Bericht. Kandidateneignung Wei... Shen. What the fuck? Ja gut. 21.000! Really? Na ja. Inspector Tang, wir haben eben erfahren, dass Mrs. Chu's Restaurant angegriffen wurde. Tipp erhalten, wo Hotshot ist. Folgen Sie ihm mit dem Truck und verwandeln Sie sein Auto. Ich wollte den scheiss Bericht lesen und werde einfach von der Polizei verhaftet. An Detective Superintended Pandrew. Autor Sergeant Raymond Mike. Superintended, ich habe wie gewünscht alle Dokumente des SFPD über Officer Shen überprüft. Für ihn habe ich mir erlaubt, sämtliche Akten oder Berichte der Abteilung für interne Ermittlungen des SFPD anzufordern. Diese offenbaren einige beunruhigende Aspekte, die eine Undercover-Operation ernsthaft gefährden können. Shen wurde mehrmals wegen des Einsatzes übertriebener Gewalt getadelt und es gibt eindeutige Hinweise, dass er seinen Status als Undercover Agent benutzt, um persönliche Rechnungen zu begleichen. Ich konnte zwar keine direkte Verbindung zwischen Shen und der San On Yi in Hongkong finden, aber es ist davon auszugehen, dass er während seiner Kindheit in Old Prosperity Kontakt mit der Gang und ihren derzeitigen Mitgliedern hatte. Wir müssen uns also darüber klaren sein, dass dieselben persönlichen Bindungen, die Shen zu einem Wert von Undercover Agenten machen, ernsthafte Interessenkonflikte es einerseits nach sich ziehen können. Kurz gesagt, wir können nicht sicher sein, dass seine einzige Loyalität dem Gesetzes gilt. Aus diesen Gründen empfehle ich, das Angebot des SFPD abzulehnen und weiter nach einer lokalen Lösung zu suchen. Ich weiß, sie sind angesichts des Timings und des Mangels an Alternativen besorgt, aber ich glaube nicht, dass ein unkontrollierbarer Beamter mit zweifelhaften Motiven ähm, äh, was unserer langfristigen Zielsetzung dientlich wäre. Go, go, go! Da hat die Sascha geklaut. Neeee! Ne! Ich möchte seine scheiß... Really? Was für eine Scheiße hat gerade passiert Zuerst verhaftet Dann wird eine Tasche gestohlen Ich möchte helfen Und dann werde ich Verfolgende Boyd sein Alter Gut, dass das Auto Explodiert Wollte ich nicht Aber okay Was soll jetzt das schon wieder Das Auto hat einen Typen überfahren Ernsthaft Das ist Real FM Gut, dann machen wir halt erst die andere Mission Was ist dieses Symbol hier auf der Karte? Ah, Karaoke Okay, ich glaube Ja Es bohrt gerade jemand bei uns im Haus Ich hoffe man hört das nicht Halt zu fest Ja, ich bin 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 Das ist Die Polizei sind jetzt da. Warte, warte, er hat sich nach deine Familie? Hallo, alle sind draußen. Warte, ich zie alles, ich schütte dich. Hör auf! Wir sind hier in der Wasserfläche. All die Trucks sind in diesem Ort. Das ist wie er machte seine Geld. Ich will es auf dem Boden. See, wo er die Operation läuft. Put die Hohm Götan in der Schädelgeber. Winston, bist du sicher? Das ist so cool, so ich bin sicher. Schau, was der Herrmann sagt, wenn er seine Warehouse fließt? Er wird nicht so lieb. Aber es ist nicht so, dass Dahlgeyes weggeht. Also, verbringe das Warehouse, aber erhebte Sua alive. Erhebte ihn für dich. Und erhebte den Herrmann einen größeren Kuss, als er von Dahlgeyes hat. Okay, okay, mach ihn! Erhebte ihn alive! Okay, let's go, Leute. Warte, die Wattestreet Boys folgen. Oh, wir gehen in und schießen. Das ist Dahlgeyes der größten Geldbewerb. Sie werden es nicht ohne eine Waffe geben. Aber du willst mich umarmt? Du bist der neue Schuss. Als du da bist, find deine eigene Schuss. Und benutze ihn. Glaub mir. Bist du verrückt? Wirklich? Die wollen mich unbewaffnet da reinschicken? Ich will dir zeigen, dass du kein Schuss bist. Wie ich bin. Es gibt nur eine Schuss. So, du willst mich um den Dahlgeyes der Dahlgeyes zu tun? All right? Es ist mein Wunsch. Mein Wunsch. Ichbagain. Ich habe wieder gehangen.